Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf FilosTV, eine weitere Episode Realm Royale in unserem Let's Play Together Format. Wir haben eine schöne Runde für euch dabei, mit insgesamt 20 Illuminierungen gespielt haben wir, wie in letzter Zeit relativ häufig, Assassin Mage. Showdown war in der Wüste, das ist tatsächlich mal äußerst selten, war zum Schluss ein richtig geiles Range Battle und ja, der Flosch ist auch dabei, sorry. Danke, hi. Ich glaube, der wird hier zu so einem kleinen Running Gag. Naja, in jedem Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen und das war es auch schon wieder. Viel Spaß. Oh ja, komm schon, jetzt, jetzt ist es aber so viele geile Runden gehabt, vorne links landen wir. Vorne links ist bei dir, aber meine, ich job wieder so richtig komisch, entweder habe ich Flugbug-Animation, und dann habe ich auf jeden Fall schon mal wieder ein Sturmgewehr gefunden, läuft bei mir. Gegner direkt hier vor der Tür, Slug. Ja, da muss ich aber aufpassen, wie ein Weltmeister, dass du mir das Ding nicht wegnimmst. Das war aber schon eine ganz schön knappe Kiste, du. Gegner voraus, 300. Wir sehen. Big Battle. Ach, noch einer vor dir direkt oben. Oh, noch nicht gesehen. Keiner da. Ist ja gut, wie du mit mir konzentriertest. Ja, ich habe auch eingekillt, ich war gerade voll im Fight. Vor dem Haus. Ja, hier unten. Junge. Noch einer am Stein. Da reitet noch einer oben am Fenster. Ja, was weiß. Ah. Hä, wo ist er hin? Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Gehen. Ein Huhn oben auch drin. Ein Huhn, ich gehe das rechte Huhn, das hier unten ist. Wo nicht mehr? Ich versuche mal da oben reinzukommen. Wer ist da auch hier? Ah, nee, kommt. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Gut, ich habe alle Bots beseitigt, das können wir anfangen zu spielen. Der hier oben im Fenster weiß ich nicht, ob das ein Bot war. Also der war ein sehr schlechter Spieler wahrscheinlich, aber ein Bot glaube ich nicht. Ja gut, komm, lass mal craften, schmieden, sorry. Ich habe das schon verstanden. Ich hätte auch craften gesagt. Was ist am Craften falsch? Ja gut, ist auch eigentlich egal, oder? Musst du mich jetzt hier so dumm von der Seite anpumpen, oder was? Ja, Junge, ey, beruhige dich, ja. Das fächste ich machen. Pischen. Heel-Totem hier, zumindest ein Grau. Oh ja. Und da hat den Gang rein. Immerhin macht immerhin meine Fähigkeit. Hallöch, ein kleines Stäbchen. Na, 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 wo sind die Gegner? Ich habe schon wieder so schwitzige Hände, heißen. Ich bin, glaube ich, viel zu aufgeregt. Okay. Und das vererbte Gewehr. Ja. Braust du? Braust du? Was für eine blöde Frage. Braust du? Am 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Guck mal, wie man kommt. Anscheinend nicht. Anscheinend ist niemand hier. Äh, Kiste. Das soll bitte über Highground nicht direkt und durchs Teil laufen. Das ist doof. Ich liebe es. Wenn ein Plan funktioniert. Okay, prüfe. Ja, komm, geh du, hörn ich halt hier, wache. Ja, von der Schmiede Weizenke kommt einer. Zur Kiste? Ja. Da reicht oben den Hang hoch. Ich habe mir die Kiste, das ist okay. Ja. Ach, so, ich habe mich gesehen. Ja, ist ein Bot. Glaube ich nicht. Das ist tatsächlich kein Bot, das springt. Naja. Hammer. Hammer bräuchte ich nicht. Schockgranate, Barricade. Ja, Concussion würde ich mir nehmen. Willst du einen Impuls in den Episch? Nee. Woher komme ich nochmal hin? Ich gehe da so lange hier oben noch ein Berg. Ja, mach das, ne? Mach das. Ja, mach ich. Ich mach das jetzt eben, ne? Mach das mal, Floschi. Gegner bei mir, zwei Gegner. Mach mir die Richtung. Ja, hier im Dorf bei mir. Ein Huhn. Nice. Ist aufgemordet? Ich reise ihm hinterher, ich hole mir direkt. Ist aufgemordet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Treffer bist du? Ja, das ist ein Wort. Ach, jetzt nimmst du nach, okay, alles klar. Noch eine Kiste gedroppt. Im Norden. Nimm dir hier noch die Splitter mit Floschi. Nee, ist mein Spiel gerade buggy. Wieso? Weiß ich nicht. Was macht es denn? Das macht nicht, was ich möchte. Was würdest du machen? Gegner One-Shotten. Naja. Gegner rechts, links von dir. Kommt auf dich zu gewinnen. Zweiter Gegner hier. Wo ist er, in welche Richtung? Ist er da? Ja. Oh, was für ein schlechtes Trefferbild, ey. Hast du den? Ja, ja, das ist down. Gott, habe ich schon wieder schlecht geschossen. Mein Gott, ich. Junge, schön mal deine Base, ja. Auch schon mal, da gibt es schon wieder eine Kiste, nördlich von uns. Hat er noch ein Sniper zufälligerweise dabei? Nee, da hat er noch nicht. Vererbtes Frost in... Vererbtes Frost in... Vererbtes Frost in... Vererbt, ne? Vererbtes Frost in Legendary. Ja, die Frost ist immer Legendary. Das brauchst du nicht extra erwähnen. Okay. Oder soll ich das wissen? Ja. Ich bin auch ein dummer Idiot. Ich habe ja eine Kiste. Was ist denn da los? Habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich mal zu? Nö. Das ist eine Kiste, Danny. Lass mich die mal aufmachen. Du holst aber nur ein Schwert. Hörst du mir das. Na, passt, na, passt, na. Na, den Schild dran nehme ich auf jeden Fall. Nee, die Sensordrohne nehme ich mir mit. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Goblinschlucht? Lass mal Goblinschlucht. Ja, außen Post ist auch gut. Komm, ja, da haben wir mehr Gegner. Ja, und vor allem ist sie... Gegner links von uns. Richtung 75. Zwei. Alter, der hat gesessen. Das ist auf dem Match auf, ne? Ja, der eine ist fast down. Der Match kommt jetzt auf die zu. Ein Huhn. Der Asser ist wieder da. Pass auf. Asser auch Huhn. Hast du... Loschi, ich brauche deinen Support hier. Ja, ich bin da. Nice. So. Wo ist der andere? Hier hinten. Ja, nice. Alter, der hat aber reingeworben in seinem Stab. Was hat der hier für ein Stäbchen? Ein zickes Stäbchen hat er. Der Feuerstab ist. Gib mir die. Give it to me. The elements have gifted me this power. The elements have gifted me this power. Let's go, please. Puh, 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 Puh. Das war mal, äh... Puh. Das war... Die bösen Buben haben uns aber auch richtig überrascht, ey. Die bösen Buben haben wir ganz schön auf dem Puppe geheimert. Da kommt das mal weiter Richtung Norden. Da ist auch noch eine Kiste hier und ganz hinten. Also, ich hätte jetzt gedacht, wir verbraten noch mal so ein Spiel. Ja, go, 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 go. Okay, die Zone kommt in... Ja, okay, chill deine Base. Ich komme zu dir. Das ist nur zum Thema, ähm, Zone, die wir haben können. Ja, weißt du? Merkst du was? Gut. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Was du das merkst? Wir brauchen jetzt nicht darüber reden. Nicht hier vor der Audience. Which audience? Deine Moodie? Meine Moodie. Wie hoffe ich das jetzt noch? Oh, ja, fall doch in vom Pferd. Blöda Sacki, du. Oh, ja, richtig geil. Schön durchs Tal. Oh, ja. Das wird das wieder ein Guide. Das wird wieder ein Guide. Komm, das wird wieder von links oben, irgendwelche Leute mit Snipern. Der negativen Guide. Boah, die haben jetzt aber auch gerade richtig übel von meinem verehrten ins Gesicht gedrückt bekommen. Also, das tat weh, glaube ich. Das tat richtig weh. Das hat mir sehr gut gefallen, wie du da agiert hast. Also, der Mage hat auch gut gedrückt, aber ich habe noch ein bisschen besser gedrückt. Also, ich hatte mich gerade umgedreht und dann vom Mage kassiert. Finde ich. Bitte? Was war ich? Kann man noch eine Waffe nehmen? Eine Rune und Rüstungstränke und noch eine Bewegungsfertigkeit. Es lohnt sich eigentlich auch schon gar nicht mehr, die Schmiede zu verlassen in diesen 30 Sekunden. Wo sind die Gegner? Was war gerade aber echt ein aufregender Kampf, ey? Wie ein bisschen... Nein, das mache ich, das mache ich denn. Also, ich bin wieder raus. Gegner? Wo? Norden. Nordwestern. Ich mache High Ground. Ja, ist über dir. Ein Treffer. Der ist schon fast down. Ich reite mich da, ja. Ein Huhn. Kommt dir entgegen? Ich habe einen Gegner am Rücken, muss mich hier ein bisschen verstecken. So nice. Bin da. Sehr schön. Der muss unter dir irgendwo sein. Ne, das Huhn ist tot. So, ja, dann, ne, der andere Gegner ist Richtung 105, der muss da irgendwo auf dem... Hat auch irgendwas mit irgendeiner schwachen Waffe geschossen. Irgendwas, äh, Schord. Ja, Richtung 75 oben auf dem Hügel. Oh, der war zu kurz. 105 auf dem... Ne, was hast du gesagt? Richtung Osten, genau Richtung Osten von mir aus gesehen. Okay, ich reite mal hier drauf zu. Ich reite auch hin, die sind, glaube ich, nicht so gut. Zwei? Ja, sind zwei. Bäm, ein Treffer. Mage ist auf 1350 reduziert. Um, 1000 dran. Und ein Huhn. Ich reite ran. Die werden nochmal beschossen von irgendwas. Auf dem Hügel. Ja, und direkt Richtung von dir aus gesehen 75. 75. Scheiße. Die schießen auch auf dich, die Beine. Noch ein Gegner? Bei mir? Ja, ich sehe ihn. Ich versuche dir zu helfen. Sind zwei. Scheiße, ich konnte ihn nicht treffen. Zieh dich zurück nach Norden. Ein Huhn. Auf dem Berg. Zieh dich nach Norden weiter zurück. Wir sind an die Zone. Achso, Zone ist ja gleich bei uns. Ich komme zu dir. Wir ziehen weiter Richtung Südwesten weg. Südwest, Südwest. Immer weiter. Nice. Wir sind erstmal safe. Wo waren die Bastard? Sind rot geschossen. Die schießen auch schon mit einer Crab-Baffe. Trinken sich hoch. Yo, bitch. Du bist gegnern. Nee, doch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Da haben wir schon mal recht in die Zone. Ja. Hier unsere alte Pose da oben. Wie wäre es? Ja, können wir versuchen. Wird schwierig. Relativ, relativ viele hier in der Umgebung noch. Vor uns? Ja. Mage? Ich kann dir nicht helfen. Ich komme mal nach hinten. Sicher ab. Okay, aktuell Richtung Süd. Alles safe. Ich kann aktuell nichts sehen. Keine Ahnung, wo die beiden lang kommen. Ich komme da nicht zu dir rüber, Flaschi. Das wird nichts. Ich kann nicht fliegen, so wie du. Ich muss rumreiten. Ja. Gegner direkt vor mir. Gegner bei dir. Ein weiterer Mage hinter der Kuppe. Ist da hinterm Häuschen, hinterm kleinen Häuschen, hinterm linken Häuschen. Ich schicke Sensor-Drohne. Da kannst du ihn sehen. Ich kann den leider nicht sehen. Gegner aus 210. Aber der hat nicht mehr viel. Schießt auf mich. Huhn. Daumen. Oben 195. Ist, glaube ich, ein Huhn geworden. Einer oben 1350 minus. Ein Huhn. Ich glaube schon, wo seid ihr? Ich trinke erst mal. Hinter dir 75. Ein Treffer. Ein Treffer. Pass auf, hinter dir, Flaschi wieder. Ein Treffer, 1350. Nein, komm schon. Wieso habe ich ihn denn so tief geschossen? Zwei Hühner. Ja, wir müssen da ran. Wir müssen Richtung 75. Sonst stehen wir die ganze Zeit im Zellnwirt. Wir müssen uns die beiden holen. Ja, los, komm. Holen wir uns die. Die sind auch beide nicht besonders gut. Ich glaube nicht, dass wir da, auch wenn die gleich wieder da sind, Angst haben müssen. Wir müssen am Stein sein. Krass. Entschuldigung. Junge. Brauchst du noch Potts? Äh, nur Rüsi Potts. Kasti? Ja, nice. Ja. Jetzt habe ich. Ja, ich gebe dir hier hinterm Stein. Ich gebe dir hinterm Stein. Dann hole ich eine Edition. Kommt nicht. Und weiter geht's. Ja, das sind nur noch die beiden Idioten. Das sind nur noch die beiden Idioten. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen. Ich erinnere an. Ja, aber die haben sich gerade so übel da oben vor dem Haus gewesen. Ja. Vor dem Haus wieder macht es mal Sinn. Und daran auf dieses dicke Südwesten von mir. Habe ich ihn gerade gesehen. Ja, beide. Ein Treffer-Headshot. Der ist fast down. Ein Huhn. Einer ist down. Oh, der eine ist down. Wenn so eine Drohne kommt, ist oben. Hat eine Axt in der Hand. Ach, nice. Schön schön. Nice, Floschi. Yeah, da ist das Ding, Junge. 20 Eliminierung. Boom. Ja, ich glaube, das war eine ganz coole Runde. Zum Schluss wurden die Gegner ein bisschen schwach auf der Brust. Aber auch das hat man hin und wieder mal. Wir danken euch für euer Interesse. Hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ganz besonders würden wir uns wahrscheinlich darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lassen würdet. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Tschö. Tschö.